Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit den Zombie-Verrückten. Hallo. Hallo. Und ich merke gerade, ich bin immer noch nicht wieder in die Gruppe zurückgetreten. Einmal Pfeile in den Eiskühler für Mausi stopfen und ich vergesse wieder alles. Immer diese Pfeile. Immer diese Explo-Pfeile, oder? Ne, das macht ja leider der Bogen selbst. Ne? Ah, so. Okay. Das ist mir zu kleines Kaliber. Zu kleines Kaliber. Die hauen aber anders rein. Kannst du dich mal auf offenem Feld hinstellen? Ich visier kurz deinen Kopf an und dann zeige ich dir mal kleines Kaliber, ja? Hahahaha. Hast du schon lange keinen Augengulasch mehr gehabt? Nee. Bohl, schmeiß mal nen Nuke drauf. Hab keine mehr. Scheiße. Sagt man nicht, macht man. Also immer diese aggressive Spielweise von Frauen. Das heißt Cheater. Cheater heißt... Cheater. 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 Irgendwie kriegt man da Gesicht sehen. Ah, wah, wah. Das Vox-Dolmetscher-Programm ist nun aktiv. Warten Sie auf die heutigen Datenzuweisungen. Gültige Vox-Dolmetscher-Wenkel geladen. Achten Sie darauf, den Mindestübertragungsabstand zum Pfeil einzuhalten, während Sie die Atom-Alle hier Menge an Vox-Daten der jeweiligen Probe sammeln. Rieselteig komisches Füßigkeiten-Scheiß gegessen. Okay, irgendwo werde ich gleich aufwachen. Oh, ich bin so schön rosa. Jetzt bin ich so schön lila. Der Nuka-Schein-Effekt ist cool, ne? Seht ihr auch die rosa Elefanten? Was? Jetzt ist er blau. Okay. Jetzt ist er schwarz. Siedler. Und, da ist er. Erfolgreich den Siedler gerettet. Oh, Wahnsinn. Das ist awesome, ne? Nein, hat er mich noch erwischt? Beim Wegporten. Ach, kommt noch einer. Und noch einer. Hier fliegen die Kanonenkugeln tief. Kommt hoch. Haha, Ratte, kriegst mich nicht. Mitglieder, wieder einmal wurde unsere Sicht auf die Welt dort draußen durch Ungeziefer bemenkt. Graften-Damm. Verfügbare Mitglieder sollten sich an der ausgewiesenen Bekämpfungsstelle melden. Wieso willst du Graften-Damm? Menschenjagd. Achso? Ja, das ist Menschenjagd, sei. Das ist aber streng verboten, solange man auch sehr anwesend ist. Darum frag ich schon. Komm schon. Ah, Schatzi, mit meinem blutbefleckten Bogen habe ich mehr Schaden gemacht, ne? Ja, klar machst du mit deinem blutbefleckten mehr Schaden. Aber? Du verbrauchst deutlich weniger Watzkosten mit dem anderen. Musst du selber wissen, was du spielen möchtest. Hattest aber in dem Sinne wesentlich mehr Pfeiler abschießen dadurch. Weil du weniger Watzkosten hast. Könnte im Umkehrschluss auch relativ gut damage. Wenn du jetzt, sagen wir mal, 300 hast und machst du aber jetzt auch immer 600, weil du zwei Pfeile abschießen kannst. Meint ihr jetzt wegen, meint ihr jetzt bei höheren Mobs, die ich nicht sofort wonnen hätte, dann, oder? Genau. Genau. Bin ich denn hier gelandet? Ja. Okay. Ein Spielbrett. Okay, nehmen wir mit. Ich treffe jeden. Mit Kanonenkugeln ins Gesicht. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Na, dann versuche ich damit gleich mal eine Brandweste zu legen, wa? Gucken. Mhm. Versuchen mit. Wartschlau. Auf meinen Junkie habe ich das nicht so gut hingekriegt mit dem Bögen. Versuchen ihre Zielprotokolle. Bitte warten. Für weniger Wahrnehmung. Hast ja keine unabgibig Rüstung. Gebe Benutzerhinweis aus. Signalverbindung nicht verfügbar. Ampikodenverstärkung angefordert. Gucken, ob mein, bei meinem Lieblingsrissstandort schon eine wieder ist. Was ist denn dein Lieblingsrissstandort? Weißt du noch, wo ich dir vorhin, wo ich dich vorhin begegnet bin mit der Brandweste? Ah, der White Springer. Weiß nicht, ich mag den Ort. Keine Ahnung, warum. Noch jemand, wo ist das echt komisch? Senecowax, Besucherzentrum? Ja, ist schon fast fertig. Aha. Nicht fragen, einfach hingehen. Weißt du, ist dann, äh, wer anders noch da? Oder einfach machen. Jetzt kannst du doch das Feuerwerk einstecken. Aktiv. Ziel. Erfasst. Sofortige Evakuierung erforderlich. Die Erholung. Begeben Sie sich umgehend in sichere Entfernung. Aber meine Orbitalschläge rumpsen besser. So. Angegebene Feinde Ich habe schon wieder so viele schöne Sachen hier Alles was man in die Luft sprengen kann Definitiv da Was? Hm? Ist du Mausi? Ich würde jetzt gerne nochmal den blutbefleckten Bogen ausprobieren Mal gucken, was mir besser liegt Dann geh nach Eschieb, das müsste dieselbe Stärke an Brandbestie sein Was? Was hälst du? Warte doch mal Okay Also ich wollte gerade meinen blutbefleckten Bogen ausrüsten Und dann stattdessen hat er die 10 Millimeter ausgerüstet Sehr merkwürdig Die 10 Millimeter ist schon gut Natürlich, das sind 10 Millimeter Sind deine 10 Millimeter Richtig Das sind die längsten 10 Millimeter Also ich will echt nicht sagen, das tut doch weh in dem Regal Der steckt da mittendrinne Mitten drinne Mitten drinne? Ja Als ob das nicht existent wäre, das Ding Und auf einmal kommt ein Blutadler Einfach vor die Nase Hilfe Hilfe Hilfe? Ja, einfach so Dem ist nicht mehr zu helfen Ja, einfach so Okay Und Mausi, was haben sie deine Testergebnisse? Nichts Noch nichts, okay Ich muss erstmal landen, damit ich das austesten kann Im Flug trifft sie nicht so schlecht Bescheiden, da wolle ich mal so sagen Na komm lande, gib dir auch unten Handtaschen, komm Handtaschen? Wargeld? Kekse? Ponchas? Was willst du denn? Ma-o-am Ma-o-am Oh, das hat geholfen, das hat geholfen Wow Du darfst nie wieder Deich nun Deine Eltern Jetzt lauf los Mh, mit den Watts nimmt sich das jetzt aber nicht viel bei der Brandweste Wollte ich nochmal sagen Ja, wie gesagt, unnachgiebig, ne? Ist halt Spielgefühl Ob du jetzt mehr oder weniger brauchst Kann ja erstmal beide mitnehmen Wenn einer kaputt geht, ne? Ja Also ich merke auch Ich merke alleine schon mit meinem großen und meinem kleinen, den ich jetzt habe Einen riesenunterschied Allein durch die, durch die, durch die Ömer gebe ich, die der kleine hat Merke ich vollkommen, voll Tschüss Ja, wie gesagt, das ist halt nicht zu unterschätzen Aber es ist immer noch Spielgefühl abhängig, ne? Also brauchst du jetzt noch mehr oder brauchst du weniger? Spielst du mit, äh, deiner AP noch? Ja, das hängt auch bei dem Bogenspiel drauf an, wie viel Stress man in dem Moment hat Weil wenn man jetzt zum Beispiel gesehen wurde oder irgendwie AP verliert, dann ist es natürlich besser, wenn man einen hat, der die Wattkosten, ne? Runtersetzt Richtig Richtig Und wenn jetzt ruhig ist, so wie eben gerade, dann kann man auch den Blutbefleckten nehmen, also Aber genau für sowas habe ich dann immer eine Ersatzwaffe bei 10mm oder so Na, das Beste, was du sowieso noch haben kannst, also Godroll hast du ja sowieso noch nicht Aber das, was du dann unbedingt bräuchtest, ist dann halt am besten halt, wie gesagt, Blutbefleckt und kritische Treffer im BATS von 50% mehr Schaden Ja, wenn das jemand mal kriegt, ne, denkt an mich Was war das nochmal? Ein Bogen mit, äh, kritischen Schüsse im BATS verursachen 50% mehr Schaden und für sie halt jetzt Blutbefleckt Und, äh, äh, BATS oder wie? Ja, dann kannst du zum Beispiel noch, äh, kritische Schüsse, ähm, laden schneller auf, wenn dir das sowieso so ausreicht Das wäre nochmal ein bisschen besser, als das mit dem Kahn fällt Ähm Na? Das wäre dann Ultima Für dich Aber wie gesagt, man kann halt mit den Perks halt viel rumspielen Und auch nochmal mit der Rüstung dazu Richtig Ich hab hier ein Herz des Zufes Was ziemlich viel Spaß macht Ja, gönn dir deine Granaten, müssen noch rausgepfeffert werden, komm Hä? Ach, fertig Ich hab jetzt momentan umgestellt aufs Mg Aufs Überschwere Och, Mensch Toni, das machen wir mit Granaten Hast du schon welche gekriegt vom Santu, ja? Und jetzt musst du es auch benutzen Du ehrst Santu, indem du die Granaten benutzt Ehre sei dem heiligen Santu Hai-Yai-Yai-Yai-Yai-Yai-Yai-Yai-Yai-Yai Jo, das klingt so sche Shelley Spask-Fank-Fank-Fank-Fank-Fank-Fank Oih-Yai-Yui-YAN-Yai-Yai-Yai-Yai-Yai-Yai-Yai-Yai-Yai-Yai Bummst, die Bummst, die Bummst. Ja. Okay. Es wird schon wieder Stringe. Ach komm. Ich komm doch noch mal zum Sumpfi. Ich muss sowieso da oben in die Ecke. Achtung. Hier ist Frau Klee mit einer aufgezeichneten Privatestnachricht. In der Nähe wurde ein Würgeherz entdeckt und dessen reitenverseuchte Kreaturen sind sicher auch nicht weit. An alle, die das hören. Ihr müsst dieses Herz finden und ausschalten, bevor es zu viele Kreaturen kontrolliert und außer Kontrolle gerät. Ach, jetzt schlägt er wieder los. Oh, ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist ein Würgeherz. Nee, das nicht. Das nicht? Das ist ein Aufseher. Wo ist es? Kaputsch. Autsch. So, mir fallen? Nein. Nein. Er ist gestolpert. Genau. Okay. Ein Unfall kann ja jeder. Doppelschuss geht bei Nieser. Toll. Will mich das Ding verarschen, oder was? Ja, es sagt es hier, schmeiß es für den Turtle in den Eiskühler. Sagt es das nicht? Maybe. Also, heilige den Eiskühler. Die Kloskühlung ist real. Doppel. Doppelschuss. Da kriegst du auch besseren Loot. Doppelschuss. Doppelschuss. Weil sie es sonst verfolgen haben. Wichtig. die heiligen explosiven so und ich muss mal wieder meinen hirsch essen weil ich kann mich schon wieder nicht von der stelle so richtig bewegen so ein hirn ein hirsch warum ich nehme auch mal eine geheimnisvolle süßigkeit nichts passiert nein das war wieder der fähig süßigkeit ich hab's doch immer ihr wisst die verklopfen einen immer richtig versprechungen hier also der tony findet's geil ne der findet's strahlenschlägerei und das ist strahlenschlägerei ich mach mal heute lieber verbrannte ich habe mein level schon geschafft guck jetzt dass ich meine quest noch nebenbei so gut abschließe ich brauche echt bombe gegen welsch komm schon auf blocken hallo wieso brauchst du das im welsch ist egal irgendwo irgendwo ich bombe ich jetzt komm mach es dir doch einfacher geh nach graften und guck ob du den graften tag kriegst ich mach es mal einfacher ich gehe fliegen klatschen machen oder so oder den robbie umknallen apropos robbys kampfroboter nur noch ein paar machen na komm jetzt mal wieder ein bisschen mehr raketen weg schießen aber ich habe richtig ja immer noch geradeaus auf das mich die wahren hinweise leiten beleidigungs bot ja dankeschön tschüssi ok ok oh haben wir die händler in der wusstest du schon dass wir redhirsche unter der erde rum teutern können ja ok maulwurfshirsche maulwurfshirschirratten ok jetzt neu im kühlregal von ikea ne von danone ich sag einfach mal ja stimmt ok das ist doch am laus hier ja schwing deine hüfte und beweg deinen arsch auch noch schwinge ding na nicht schwinge ding schwinge dein ding 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 das können gewisse leute falsch verstehen martin ja was kann ich denn das für wenn ihr so viel kopfkino habt das kann nur der ti large-aktiv das kann nur der tony falsch verstehen ja hey nicht so viel nicht nicht so viel zu alt ich habe nicht zugehör'r'n beschwinge ding bist du zu alt schwing dein ding gestiegen in der Nähe in Schiengarten das ist so wie bei der Schrotfläche du machst Rats Rats und dann kommt der Schuss das ist es geht so nicht mehr so eine gute die Aufnahme ab 18 machen üben die hohe der Rüstung ab 18 und klicken nachladen abschießen Ja. Ich hab die ganze Klick gehabt mit einer Bump-Gang vor. Dingo, du hast es erraten. Der Kandidat hat 100 Punkte. Nicht 200? Was, es gibt Punkte? Da hätte ich mir doch mehr Mühe gegeben, Mensch. Ja, warum tust du's nicht? Ich wusste, dass es Punkte gibt, Mensch. Du hast mich jetzt ernsthaft enttäuscht, Frau vom Bull. Okay, kann ich mir geben. Also, Toni, du kannst sie auch ruhig Mausi nennen, ne? Also, ich... Du musst sie nicht immer Frau von Bull... Hallo, ich bin ein... Egal, vergiss es. Ja, du wirst einkommen jetzt. Jetzt musst du raushauen. Ich war jetzt ein halber Gentleman. Ich versuche es. Also, was geht du, ja? Ja, gar nicht aufgeregt. Ja, ja. War's das mit dem Gentleman, oder dass das Versuch ist? Kannst du dir aussuchen? Ich glaube, es ist mein Versuch geblieben. Ach... Ach... Warum steht hier ein scheiß Geschützt um mir im Weg? Weißer ist... Okay, der Summer hängt jetzt schon nach. Ich glaube, die Explosionen sind nicht so gut. Ich glaube, wir haben den kaputt gemacht, ja? Ja, so ungefähr. Ich schieße in den Raum rein. Fünf... Vier... Ja, erste... Fünf... Vier... Ja, jetzt fallen sie um. Ach, da ist noch einer. Jetzt ist er aufgeräumt. Ach, da ist noch einer. Ach, der hat gleich mit Anfang gezählt. So, Server-Zerstörung. Scheißpreis, Brot, Bruder. Ihr nervt mal, geht mal am Keks. Du hast Kekse. Und dann teilst du nicht. Der Preisbrot geht mal am Keks, habe ich gesagt. Ja, ja, aber du hast Kekse. Wer hat das sicher mit Kekse? Ja, der gibt doch mal welche ab, Mensch. Wir wollen auch alle Kekse. Jetzt um den Eiskühler. Um Eiskühler. Was machen sie in der Klospülung? Kekse. Verstopfung. Verstopfung. Bingo. Zu viel Schoko. Zu viel... Geht denn? Nein. Ach was, zu viel Schoki kann man noch nicht haben. Oh, doch. Hm? Kannst du zu viel Schoki haben? Ja. Echt? Du als also Schoki-Königin? Ja, manchmal habe ich auch zu viel Schoki gegessen. Das ist wie bei der ARD, ne? Unsere Schoki-Expertin. Ja, okay. Kann man denn eine Schoki-Expertin werden? Ja, wenn man bei einer ARD anfängt. Experten gibt's für Sand am Meer. Ach so. Bin ich auch ein Experte? Ist du Sand? Hm. Keine Ahnung. Irgendwas? Du bist Experte für... 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 Für explosive Sachen. Für exklusive Sachen. Okay. Für Augen... Denn du bist Experte für Augen, Ghule. Hm. Nimm mich an. Nimm mich an. Mh, hm. Und auf kleiner Flamme... ...2 Stunden ziehen lassen. Und auf kleiner Flamme... ...2 Stunden ziehen lassen. Gerichtsorientiert und so, ne? Ja, ja. Nein, bin ich nicht. Guck mich nicht so an mit einem drei Augen. Was? Der hat ganze drei? Dann muss sie ihn eins wegsprengen. Gibt nur welche mit zwei Augen. Das erinnert mich immer an den Film. An den Kinofilm von The Sims. Wo ist denn, wo ist denn Sehspieren, ne? Wenn man siehst einen Achtäugigen Fieschuh rausspringen. So. Spiel durchgespielt, ich kann ausmachen. Was? War sie jetzt schon wieder das Spiel durchgespielt? Oh mein. Nein, das geht doch nicht. Wenn du von der Untersuchung der Signale zurückkehrst. Zaubert mir das immer nicht hin ins Gesicht. So. Irgendwie, heute sind die Supermutanten auf der einen Seite richtig nervtötend hier. Sie kommen auch immer wieder, egal wie oft ich sie in die Luft springe. Heute schon das zweite Mal. Sie sind so hartnäckig. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ne? Machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn. Ciao, ciao. Für mich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.